So, da kommen unsere anderen Jeeps. Einer ist hier angekommen. Das ist so eine Optik. Einfach unglaublich. Ich schieb's einfach so. Einfach mal auf den Riesensatzchen. Echt cool. Echt cool. Ihr merkt schon, leider an dem Quatsch, was ich hier so drauf habe, aber das ist einfach nur ein Schlescht von dieser Umgebung. Das ist ein anderes Wort. Was es noch so alles gibt. Wer ist Stadtmännchen? Das muss ich mir vorstellen. Ich glaube, auch Landmenschen in Brandenburg können sich das nicht überschreiten.